Ja hallo und herzlich willkommen zurück zu Inverbus Virtus. Ich glaube, ich habe mich gerade eben mal kurz nochmal aufs Screen umgesehen. Aber ich denke, ich weiß jetzt, was wir hier tun müssen. Wir nehmen uns jetzt die Statue hier. Ubeekinu. Nervt nicht. So, und dann platzieren wir die hier drunter. Dann nehmen wir ihn hier. Ubeekinu. Und dann versuchen wir das nochmal. Ektolume. Ektolume. Und dann müssen wir den, glaube ich, noch etwas weiter an der Seite platzieren. Ubeekinu. Vielleicht reicht das schon. Ektolume. Okay, nee. Alles nochmal ein bisschen weiter. Äh. Ubeekinu. Okay. Ektolume. Nee. Ubeekinu. Ubeekinu. Okay. Ubeekinu. 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 Ektolume. Das gibt's nicht. Boah. Das gibt's... Das hab ich mir jetzt anders vorgestellt, um ehrlich zu sein. Wir haben ja sonst nix mehr, was wir da irgendwie noch drunter setzen können oder so. Nee. Da ist noch eine. Ubeekinu. Dann müssen wir die mit Sicherheit aufeinander platzieren. Ubeekinu. 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 Ah. Blöd. Ubeekinu. Uda no tem. Ubeekinu. 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 Ja, das ist zu hoch, glaub ich. Ektolume. Ubeekinu. 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 Ektolume. Das ist minimal zu niedrig. Das ist unfassbar. Aber. Wie kriegen wir das da hoch? Lumetial. Wollen wir hier wirklich überall in den Ecken umgucken? Nicht, dass da einfach noch einfach ein Block liegt. Weil das wäre das, was ich jetzt als einfachstes dafür benutzen könnte. Näh. Schade. Ubeekinu. Ubeekinu. Jetzt machen wir den mal da weg. Ubeekinu. Uda, notem. Ubeekinu. Fast. Ubeekinu. Ubeekinu. Das hält. Wahnsinn. Ob das reicht? Wir gucken mal. Ubeekinu. Ektolume. Das würde reichen, aber es muss weiter nach links. Äh, nach rechts. Ubeekinu. 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 Ich machen es mal erstmal weg. Ubeekinu. So, liegt es jetzt an der Kante? Ja. Ubeekinu. Ubeekinu. Dann sollte das doch jetzt etwas besser funktionieren. Versuchen wir es nochmal. Ubeekinu. 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 Ektolume. Leck mich doch. Was ist denn jetzt schon wieder verkehrt? Ektolume. Zu hoch. Ektolume. Äh. Ubeekinu. 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 Okay, das geht. Dann haben wir es jetzt. Ectolume. Ähm. Was ist jetzt wieder verkehrt? Ich verstehe das gerade. Jetzt verstehe ich nur noch Bahnhof. Jetzt machen wir mal gerade hier. Warten wir kurz, bis das wieder zu ist. Und dann richten wir mal das nur da drauf. Okay, das macht das. Ectolume. Toll, und das geht hier schon nicht mehr? Ectolume. Ja, sehr gut. Dann weiß ich in dem Raum hier immer noch nicht weiter. Obwohl, wie es scheint, jetzt alles richtig steht hier. Tialu da. Hier nur noch mal nach oben. Irgendeinen Sinn muss das ja auch haben. Tialu da. Tialu da. Ectolume. Hm. 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 Tia Luda So, hier wieder runterkommen Tia Luda Tia Ah, okay, hat er doch genommen Wir haben ja zwei, also irgendwas müssen wir mit der hier auf jeden Fall noch machen Obikino Obikino Vielleicht müssten wir ja genau diese irgendwo hier platzieren, damit da kein Strahlen mehr durchkommt Oh, das hält sogar Gucken wir mal Act to Lume Okay, das kann das überhaupt gar nicht einschränken Moment Act to Lume Das wird von da oben erst weiter transportiert Obikino Das geht auch nicht Obikino Udano Tem Das funktioniert nicht Oh Wenn man hier wenigstens ein bisschen Erklärung hätte, wäre das ja alles kein Problem, aber das fehlt einfach Und wird hier reingeschmissen Es wird einem nix erklärt Versteht mich nicht falsch Das Spiel macht echt Spaß Aber es ist halt echt teils mühsam die Wege zu finden Okay Das hat denke ich keinen Sinn Ich weiß jetzt gerade echt nicht weiter Ich würde sagen wir machen das folgendermaßen Am Montag gibt es eine 10 Minuten längere Folge Bis dahin gucke ich mich hier nochmal in Ruhe ein bisschen um Und ich beende den Partnern ausnahmsweise nach 10 Minuten diesmal Und bedanke mich damit hier für eure Zuschauen Wenn euch das Video gefallen hat dann lasst eine Bewertung oder einen Kommentar da Und ansonsten würde ich sagen sehen wir uns dann am Montag mit einer 30 Minuten Folge Bis dahin Tschüss